kick hallo lieben willkommen zu einem neuen video ja leute danke und es wird auch irgendwann also wenn wir 25 abonnenten gemacht haben werden wir auch ein wettchen abgeschrieben machen aber ja wer das man geschenken muss gehen es wird ein längeres video ja der hof hat sich jetzt wieder verändert das hier weil ich auch sehr viel von fleisch gekriegt hat und ja da hinten sie nicht erblicken dann habe ich also ich habe einen doppelte ich habe zwei doppelte modelle einmal jener ich habe sie doppelt da werden da ist die weiße studie die bleibt auch china dann habe ich diesen großen stahl kriegt als diesen großen stahl mit dem dach dazu wenn ich mir das ist schon dann war noch habe ich gekriegt also noch mal ein alter der fräsen hängt das ist hier mit meint den welchen paint und aus dem neid ja dann habe ich noch gekriegt storm und lisa die ist hier dann habe ich noch war im stadia dabei die zwei die zwei hier vorne ist auch schon geschmückt für die araber stutter aber brauche ich auch mal also ich brauche sie auch und dann war sie habe ich noch gekriegt aber nicht mit der decke ja sie hätten die decke an und dann ja das habe ich jetzt auch gekriegt ich finde sie mega schön für die farbe auch mega schön und sie hat nur kann haben ja das sind die und dann habe ich noch sie kriegt ich habe auch für sie keinen namen sie war mit der decke und mit dem halbster diese box ihr kennt wahrscheinlich das hat ja dann habe ich noch gekriegt ja das habe ich euch schon gezeigt ein bild aber das kann ich leider nicht zeigen ich darf es leider nicht zeigen aber ein bild für meine kusine ich weiß sie gegen katastrophal aus so leute ich hab's mal auseinander gemacht das ist das ist ein pyjama oder zum anziehen einfach mal ein kuschel der ist mega weich auch von innen ist auch gefüttert war ich schon eigentlich weiß ich auch hier drin gefüttert er ist grau und ist ein dunkles blau und grau dann hat also sind hier die zwei taschen und ja dann ist auf dem auf der kaputze so ich weiß nicht aber ich glaube es ein penguin ist ich glaube es und ja das war einmal die kleidung die ich noch gekriegt habe dann habe ich noch von elsa und anna weil elsa und hannah nicht kennt habe ich schon eine tasche noch gekriegt da ist dann immer mein handy drin oder so und ja das waren eigentlich schon die sachen die ich gekriegt habe wenn ich es einfällt und jetzt painten wir den hengst um und es wird auch noch ein hofmotor geben heute aber seid gespannt so hier hier ist der schöne dem welcher kurz die farbe abmachen weil ich hab so eine farbe die geht sehr schnell ab also ich hab von hey die eine farbe die sich abgeht wasserlösung und die sind es gleich wieder so er ist ganz schwarz er wird braun sein ich weiß nicht ob ich ihn wahrscheinlich schon ich mach es wahrscheinlich hat nicht so viele wahrscheinlich werden wir erstmal weiß und dann werden wir noch wahrscheinlich ich weiß nicht ob ich den tinger mache also wahrscheinlich vielleicht mache ich wir brauchen das weiß und dann haben wir hier haben wir auch eine brown nicht braun finde ich hab eine brown also die kann ich auch nicht lösen damit ist ein bisschen mit chilipraun ein chilipraun aber naja wir gucken mal ob wir es vielleicht auch black also white black aber ich glaube ich mache es nicht mehr wahrscheinlich müssen wir die farbe nehmen und die gut und erstmal würde ich sagen weil ich möchte eine tinger studie machen wahrscheinlich ein hannoveraner vielleicht glaube ich mein hannoveraner hengst aber ich weiß nicht ob ich den hannoveraner hengst mache weil ich hab so viele hannoveraners ich weiß aber glaube ich was ich mache und lasst euch einfach überraschen ich habe es einfach auf dem blatt gemacht so werden wir einfach die farbe nehmen dann werden wir einen dicken pinsel nehmen die nehme ich immer ich habe nochmal neue gekauft dass ich das hinten kann also ganz ganz und ja und ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das Video wird auch irgendwann rauskommen. Dann machen wir so ein paar Schüttierungen. Dafür würde ich am besten den Penzer genommen, aber das ist vor allem Penzer. Und dann reintrunken. Und dann mache ich jetzt irgendwas. Guck mal, dass man euch hier. Und das ist ja. Das ist ja auch gut. Das ist ja gut. Ich mache jetzt das Musik die Pferdung. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh und auf der Stelle So Jetzt ist es wirklich fertig Gut Ähm Ja, weil ich das gefahren habe, würde ich mich schon downloaden, sondern natürlich in meinem Leichen und dann, ciao